das ist der haus in my house ist mein oder so ähnlich die kommt mir bekannt vor die karte was machen wir denn jetzt sitzt man panzer laufen hinterher ich habe irgendwie das klassen ohne fahrzeuge ist auf jeden fall nicht so groß die du kannst fahrzeuge fahren natürlich ich hasse fahrzeuge spiele ich weiß nicht warum mein struktur plötzlich blau wird ist aggressiv auf dich ja ich stelle sonst immer rot ja wahrscheinlich weil du us-trupp bist weißt du dann bist du blau ach stimmt wenn ich den anderen habe habe ich rot oder nicht gerade der tombstone trock aber besser als nichts der mich hier hat ja ich habe ja nichts ausgewählt damit automatisch sagen jetzt also nehmen wir ein fahrzeug oder nicht die herren ja müssen wir nur gucken was was nehmen ja ich nehme fahrzeug so im reparatur kit max wie qualheim wahrscheinlich versucht er immer sich noch zu machen geht denn jetzt raus was weiß gut wenn ich müssen wir ändern nein ein spiel ja wo ja immer so fackers da oben seite ok ich habe euch gefunden ich glaube schon mal rüber nach nimm mich hier mit mich ist hier ja ich hab noch und posiziere ich auch nach hohen position tag mich wollen sie einsteigen dann kommen drücken ja weiß ich musste nur noch was anscheinend aber irgendwie geht das nicht dass meine maus belegen können ist der mich jetzt bei dir oder mich ist bei mir ich glaube mich hier hat die im g ich habe gleich alleine ja das freundlich feuer aktiv ich weiß nicht ich habe so nie für sie so mal probieren es scheint nicht so zu sein weiter ich versuche mich oben auf den links zu setzen ich habe gleich c1 bei dir c1 ich setze mich oben auf das gebäude drauf und gucke wo die herkommen ich habe die sniper aber ein auto brennt panzer ist bei uns da rechts ist einer ja ich muss gerade noch andere insekten beseitigen hier ja der ist aber schon auf unserer seite durchgelaufen ok ich komme zurück durchgefahren jetzt nach oben die sind oben auf dem das ist der tier frachter gebäude ja oben drauf wo ist denn der panzer hin der panzer ist links rund einmal durch ich nehme b2 ein das ist da durch das gesehen ohne durch geduht komplett durchgefahren hinter dem ding nach hey 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 ich war zurück ich war jetzt Sekunde noches vorfahren Achtung Aaaaaaarrivaa Aaaaaah Aaaaaaarrivaa 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 immer wieder lustig ja ich sehe ich nehme die mitte wenn die exudieren exudieren wir mit so oder so ähnlich ich bin nicht tot ich kann wiederbelebt werden ich bin bei B jetzt B3 ich hoffe dass ich überlebe ich brauche hilfe von dem B3 ich bin tot ich bin gestorben innerhalb so kurzer Zeit ist aber einer schon peinlich Was ist das denn? Wir haben jetzt B3 fahr Richtung C mal ein kleines Spielzeug holen mal gucken wie das sich so fährt Juhu Juhu ich hab noch immer B3 ich halte noch ich versuche jetzt mal einen Punkt zu finden wo ich auf Schoß beide Beine weg von hier oben am anderen am anderen Schiff der war zu hoch Seid ihr? Nix ich spiel grad 80 Meter von dem Fernseher Fangen mit einem anderen Spieler Wow Ne also diese Fahrzeuge sind nur was wenn du jemanden hast der mitfährt sonst kannst du es vergessen G4 B3 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 B4 B3 Wo steht da eigentlich meine Gesundheit? Ach, da unten, rechts, ne? Doch, haben wir alles, ne? Haben wir noch Pistole? Äh, fängt das jetzt schon wieder an mit dem rausfliegen? Nein. Dann fliegst du wieder raus? Ja, ich weiß nicht was es ist. Oh, nein. Ich weiß echt nicht was es ist. Ich glaube ich mal alles neu installieren, irgendein Fehler ist dann. Aber es ist immer nur, wenn ich im Internet bin, ne? Wenn ich Solo-Spiele mache oder so, habe ich das Problem nicht. Entschuldigung, ich bin da. Ich hätte keine Erfahrung mit mir vor, ich kann das gar nicht verraten. Also, wenn ich was, wenn ich das mache, ich nicht verraten, muss das nicht verraten, dass das Ganze noch nicht zu tun ist. Es ist TRue. Ich habe das Geld verraten. Ach, das Geld. Ich habe es dafür gelehrt. Ich habe es nicht verraten. Alles, wenn ich das Geld hätte, mir war, das Geld ist. Die ist von Geld ist weg. Das Geld ist nicht so, ich muss manchmal mehr Geld. Es ist nicht mehr Geld. Das ist Geld. Für mich ist nicht verdwunden. Glocken Sie am Geld. da kann ich gar nicht mehr zu euch hin ich kann nur einladen ich kann hier stellen und einladen das hat ja schon Spaß hat mein Patzer versucht zu reparieren ich habe gerade eine Nachricht gekriegt ich habe dich eingeladen aber ich will ja keine Party erstellen ich will ja bei euch zugreifen vielleicht kann ich das ja weiß ich nicht irgendwas ist jetzt passiert brechen sozial warte er lädt gerade was vielleicht habe ich jetzt wieder Platz bei euch ich habe dich eingeladen so also ich kann mich auch einladen außerhalb des Spiels quasi was ist jetzt irgendwas lädt er gerade hoch hat er also schon zwei Punkte eingeholt war und jetzt kommt es schon wieder raus aber ich weiß nicht woran es liegt ne ich weiß ich kann es dir nicht sagen ich verstehe auch nicht warum ich meine Tastaturbelegung ändern kann warum starte ich denn hier was ist das denn für ein Schwachsinn ich gehe davon aus dass man dem ganzen Punkt jetzt wieder weg sind die Punkte werden ja trotzdem gespeichert die werden ja aufs Profil gespeichert okay 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 Das Laufen ist ein bisschen merkwürdig. Schaut mich gerade, wie ich hier Befehle geben kann. Ich glaube sie markiert, zwei Stück sind oben bei B. Ich bin hier, wo die recappen wollen. Bei B1 bin ich. Ja, ich markiere die Gegner schon die ganze Zeit. Mit der Drohne. Wir sind gerade wieder reingelaufen. Ja, ich töte gerade alle. Noch einer oben. Da ist immer noch einer oben, ist reingelaufen. Ich markiere noch. Mal zehn Jahre laufen, um hochzukommen. Ja. Ne, du kannst auch an der Seite. Ja. An so'n Dings hoch. Was sind denn? Gerade hinter dir, hinter dir, hinter dir. Hab ihn. Ich brauche Muni. Weh. Oh. Irgendeiner liegt von uns da hinter euch. Und wir. Hinter uns. Achtung, wir haben eine Panzerfaust. Zwei Stück bei B. Helft mir hoch, verdammt! Drei. Drei Stück. Ich markiere. Bei B3. B3. Ist auch oben auf dem Dach. Jaja. Drei Stück. Komm nicht näher! Vier. Bin unterwegs. Wenn ich mich entdecken, dann bin ich tot, ne? Noch. Dahinter. Ich gehe auf die andere Seite rüber und gucke, ob dahinter noch einer ist. Noch einer, direkt vor der Türe. Die laufen rein. Ne, oben aufs Dings laufen die. Obendrauf auf dem Dach. Zwei Tore auf dem Dach. Der holt das zurück. Blockiere weiter. Mittleres. In der Mitte vom Dach ist einer. Und bei B1 ist einer. Wir hören gerade erstmal B3 wieder. Kommen wir zu dir zurück. Da ist wieder einer. Hast du gesehen? Bist tot. Wo seid ihr? Ich bin oben auf dem Dach. Ich bin derjenige, der hier die ganze Zeit markiert. Mit der Drohne. Also ich schieße gar nicht. Ich bin oben auf dem Dach. Ich bin oben auf dem Dach. Ich mache Spaß. Ich bin oben auf dem Dach. Ich bin oben auf dem Dach. Nein, ich bin noch viel höher. Du bist da drüben. Dirk, du wusste schon, dass du links die ganze Zeit überall Gegner waren. So wie jetzt auch bei B1 da drüben. Ja, ich bin noch gerade wieder am markieren. Ich habe die ganze Zeit auf der Seite markiert. Und jetzt markiere ich dir wieder hier. Hey, du stehst doch da rechts hinten. Ja, ich stehe da rechts hinten. Aber ich habe die Drohne hier. Ich bin mit der Drohne unterwegs. Achso. Ich bin markierig hier. Die Drohne ist ja da, um die Gegner zu markieren. Da ist er noch. Rechts von dir. Ich kriege dadurch nämlich auch Punkte, wenn ich nur markiere. Ah, ok. A1 ist eingenommen. Boah, da hinten könnt ihr ein paar Open Field weg snipen. Ja, dann bin ich aber aus der Drohne raus. Kann ich euch das nicht mehr markieren, ne? Ja, meine Reichweite reicht auch für nix. Nicht. Oh, der Wirbelstrom ist ja wohl geil. Soll ich euch da hinten markieren oder soll ich weiter hier markieren? Kannst du viel markieren wie du? Ja, ich glaube ich gehe jetzt hier runter und dann schaue ich mal. Das ist weiter hier. Ich habe keine Lust für die ganze Zeit zu warten. Erstmal gucken wie ich aus dem Haus komme. Wo sind die Drie? Die Drohne raus. Oh no! Wo ist schon schön? Es geht nicht. Es geht. Ich gehe nicht. Ich gehe nicht. Es geht. Ich gehe nicht. Und die Drohne raus. ich habe gerade versucht bravo 3 zu holen bravo 3 haben wir wieder b1 wird angerissen b1 aufgewacht ich hasse panzer kann ich eigentlich hier drinnen ausschauen hier aufsetzen und so weiter drauf machen mit b1 cool danke da muss mir ein gegner kommen zwei stück bravo 1 schule a1 wieder habe ich ab 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 du 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 du. Wir holen C zurück, ne? verlieren die schlacht was wir verlieren die schlacht haben 13 schuss wir kontrollieren alle sektoren wohnung c1 wieder gewonnen gewonnen jedoch schön oder ja aber nicht schlecht aber ich will nicht an die meiste wiederbelebungen der mich was habe ich gerade die meisten wiederbelebungen hat spaß gemacht so ja klar wenn er sonny ab sieben scharfschützen kills ja jetzt gerade wer hat das nicht mitgezählt von eben ich habe mich ganz viele nämlich auch weg geholt beim vorher oben auf dem dach wenn du rausfliegt zählt da nicht mit und der belaufstieg jedoch flott war ja anfangs ja immer so